Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge Duaft und wir sind jetzt endlich mal wieder hier. Hat sich ein bisschen gedauert, aber ist nicht schlimm. Und wir haben natürlich wieder mit Wignick, da springt er rum, der Hai. Hoi, hoi, aus der Hamburger Bucht. Ja, krieg ich deinen Namen nicht auf? Ach, Name. Ach, Name auch so, besser. Weiter. Gut, ich weiß gar nicht, was ich auf dieser Insel... Ich glaube, ich habe alles auf dieser Insel sogar mitgenommen. Ah, nee, hier. Zwei Melonen. So, ja, wie ihr sehen könnt, der Aura, der hat schon ein bisschen weitergebaut, weil... Na gut, zeitlich war bei mir ein bisschen eng gewesen. Und das sieht schon richtig schick aus, das Ganze. Bei mir starrt voll die Sonne gerade rein. Alter Schwede. Wo? Bei mir. Bei mir ist dunkel. Also in Real Life meine ich. Gerade voll nervig, das blöde Ding. Ja, gut. Bei mir regnet's. Ja, dafür donnert es morgen in Berlin, das wird super werden. Und ich bin auch noch morgen wieder den ganzen Tag unterwegs, das wird lustig werden. Ich glaube, wir würden sagen, wir gehen mal pennen. Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich. Zack. Ah, perfekt. Das Haifleisch finde ich am besten. Guter, Alter Haifleisch. Das bringt irgendwie mehr. Ich habe auch so viel Melonenfarben, Ananasfarben, Palmen, Kokosnuss haben wir auch, glaube ich. Ah, nee, Kokosnuss. Ich habe auch... Ah ja, ich habe sehr viel mitgenommen, wo ich hier gelandet bin, weil hier gab es echt viel Seegras. Ich habe, wir haben jetzt 35 Seegras, Alter. 35. Zehnmal... Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten noch irgendwas vergessen habe. Können ja gerne... Komm mal mit. Ja. Wo ist der? Ah, der kommt. Ich bin ein bisschen schwimmt. Ach, der Idiot ist wieder da. Ah, ich habe ihn hingegeben. Du musst halt immer rückwärts schwimmen. Ich habe halt nur das Wichtigste mitgenommen, sondern keine Steine. Ah, Nitzbrusten. Ah, Hilfe. Wildschwein. Hä? Oh nein. Nicht der schon wieder. Ah. Also den sehe ich gar nicht. Ich bin hier oben, ganz oben. Das Ding ist auf dem Vorsprung. Also... Oh ja, ich sehe den schon, da oben ist er. Ich gehe runter. Ach, da ist du. Ist er unten? Wo ist er? Aber er beschützt anscheinend irgendwas. Wo bist denn du? Hallo? Ich bin hinter dir. Oh. Alter, auf einmal bist du hinter mir. Warte, ich muss kurz die Mangorenk. Komm mit, wir gehen da hoch. Wenn wir beide gleichzeitig das Ding an... Babbeln? Zum Wahnsinn... Der wahnsinnige Tyrann wartet da oben wieder. Unser erster richtiger Boss, würde ich mal sagen. Oh, ja. Wo ist er hin? Aber... Gar nicht. Das Wildschwein greift an. Das ist weg. Oh nein. Nicht, da oben ist er. Wo? Da oben. Pass auf, es kommt. Gar nicht. Bereit. Einer lockt an, einer sticht. Ich lock's. Nee, du lockst. Oh mein Gott. Schnell hin. Hab einen Stich. Oh das. Scheiße. Alter. Immer schön seitlich dann. Es kommt. Es ist halt kacke, dass es so... Ich... Ich... Ich triff's nicht. Ja, es ist tot. Ich loot es. Ja. Oh, Leder. Rohes Fleisch. Endlich mal Fleisch. Und dann loest er sich auf. Okay. Ein Warzenschweinkopf. Ja, moin. Was? Wo? Gebt mal her. Warte mal. Hoch. Ist bei dir. Ich bin... Ich bin jetzt das Schwein. Du bist gar nicht. Stein. Ich hab dir Koralle gefunden. Eine Silbere irgendwas. What? Ich hab... Koralle einfach mal. Hier, moin. Eine Silber... Rangel oder irgendwie so. Ich kann das grad nicht lesen, richtig. Falsche Höhe. Ach, du machst das doch. Falsche Höhe? Die Dinger müssen auf die gleiche Ebene. Ach du Scheiße. Das ist echt schon... Bestialisch. Scheiße. Au, Digga. Unsere Kisten sind ja da drin. Ja. Okay. Warte. Bitteschön, haben wir den Eingang. Das auf den Bildschirm klicken. Ach so. Okay, ja gut. Und was steht da? Funktioniert das jetzt? Hier 836 Meter, 1506 Meter. Ach ja, hier steht einiges drauf. Jetzt so. Oh, endlich. Die ganzen Insel. Oh Gott, das will ihn. Oh, ich bin eigentlich oben. Die Story-Mission ist bei 1506. Ah, okay. 1500 Meter entfernt. Eine Insel ist... da lang, glaube ich. Irgendwo in der Richtung. Weißt du, ob ich sogar eine große Insel... Eine große Insel? Ja, 800 Meter entfernt. Geradeaus weiter. Kommt gleich eine große Insel. 800 Meter. Oh, okay. Krass. Ja, geht's endlich immer hin. Und ich brauche was zu futtern. Oh, Delfine oder Schweinswale. Eins von beiden. Jetzt sind sie wieder weg. Wir brauchen so... Wir brauchen einfach Holz. Wieder. Hier unten sind alles... Quallen. Schwier, Quallen? Ja. Oh, wir müssen das Ding ausmachen. Batterie ist kostbar. Und teuer. Eje, eje. Ach, jetzt siehst du alle da unten. Boah. Also, das war harte Arbeit. Ich mache hier gerade noch Fleisch. Vielleicht hast du ja auch... Ja. Ah, nee. Ich muss... Ah, ich habe es nicht genug, was in meiner Trinkflasche drinne. Okay. Boah. So. Ich packe da jetzt mal... Das... Das war ja echt ja was hier. Also, die Dinger sind kompliziert. Alter. Wir müssen sehr viel Holz sammeln. Ja, das ist auf alle Fälle. Und ein Haufen Plastik. So, hier. Hm. Ach. Oh, zwei Kisten. Eieieiei. Ach, zwei Kisten noch? Oh, und ich habe eine Nachricht bekommen. Bing. Ah, okay. Ist wieder Privat. Ah, ist doch okay. Ah, perfekt. Ah, ja. Vier Fässer. Ein Stück. Und da drüben ist noch so ein kleines Floß. Ah, da vorne wieder. Aber jetzt kommt alles rein. Wieder die Dekoration. Oh. Oh, ja, Korb. Schick. Hm. Ich angel dich. Ah, guck. Große Insel. Vorhersehbar. Habe ich doch gewusst. Guck, Alter, ist die riesig. Ach, du Scheiße. Was ist das denn für ein riesiges Paradies da vorne? Boah, da müssen wir hin. Morgen? Was machst du morgen? Ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs. Und auf dem Abend muss ich mal gucken. Ja, am Wochenende kann ich wahrscheinlich nicht aufnehmen. Das ist halt die Sache. Aber, äh. Da bin ich, glaube ich. Morgen. Morgen ist was nochmal? Morgen ist Mittwoch. Heute ist der Dienstag. Ah ja, stimmt. Das war ja Feiertag gewesen. Hast du Mittwoch? Nee, Mittwoch bist du ja unterwegs. Ja. Und Donnerstag? Und Donnerstag? Äh, Donnerstag könnte gehen. Weil Freitag bin ich, ja gut, da bin ich auch wieder unterwegs. Weil da können wir ja Raft machen dann nochmal. Ja, dann, dann Donnerstag dann. Ja. Wann denn? Weiß nicht, wieder 18 Uhr oder so, so wie heute? Ja, schreib dir jetzt einen Kalender. Ja, okay, das werde ich nicht vergessen. Das war jetzt auch nur wegen den Freitagen und wegen der ganzen gesundheitlichen Sache, sag ich mal. Also wer jetzt gerne wissen möchte, mir ging es am Tag ein bisschen schlecht. Also ich musste bei einer Mühe erwachen. Aber ich glaube, ich habe einfach an dem Vortag viel zu viel gegessen. Ich glaube, das war auch der Grund gewesen. Mann, du viel fraß. Ja. Ein einfacher Smoothie können wir uns, aber das können wir doch gar nicht bauen. Komm mal rein, es regnet. Ui, erst mal ab in die Bushaltestelle wieder hier. Hier haben wir ein Fenster. Warte mal, nee, die Entsaftungsstation können wir noch gar nicht bauen. Haben wir noch gar nicht erforscht. Nee. Nee. Hm, na toll. Wir können aber Anbauflächen bauen. Ach doch, nee, können wir doch bauen. Wir können einen Topf bauen, den brauchen wir. Und? Ah. Entsafter, doch, wir können einen Safter bauen. Dafür brauchen wir eine Leitplanke. Hier mal, äh, viermal Kleber. Bolzen. Und für den Topf brauchen wir zwei Barren. Ein Bolzen. Und viermal diese Dinger da. Schleimdinger wieder. Ah. Oh mein Gott. Also, mach mal an. Wir müssen mal hier rüber, weil hier ist kein Strand. Das ist ein Paradies. Gleich mal Urlaub machen hier. Ja, machen wir auch erst mal. Wir looten erst mal hier auf. Oh, ich habe wieder ein Dekorations. Bing, 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 bamm. Ach, komm mal. Einen Tisch. Naja. Also, für die Dekorationsdinger finde ich den Kamin am besten. Oh, wegen Tisch, da fährt mal eine, meine, meine Kunstlehrerin aus der Oberschule damals, sie hat so Tisch, Tisch gesagt. So richtig Tisch. Tisch. Da habe ich mir so gedacht, wer sagt denn mit dem Tisch so komisch Tisch? Guck mal, komm mal hier in das Haus rein. Guck mal, da liegt was. Ja. Hier. Andere Seite gucken. Andere Seite? Oh. falsche Seite. Die Seite. Ah. Guck mal, 19 Tage schon. Okay, das ist krass. Ist noch gar nicht so viel. Aber wir können auch Schilder bauen, wie ich sehe. Schilder, Teppiche. Oh, eine Badewanne. Badewanne auch noch rein. Die Scheiße. Ja, was ist ein richtiges Spa aufmachen, oder? Das wird noch geiler, aber ich will die erkunden. Ich will mal gucken, was es da so gibt. Aber ich will mal kurz, ich will mal hoch einfach da. Alter, hier, hier ist Geländer. Wow. Geländer? Hier ist ein Geländer. Und da ist eine Höhle. Eingestürzte Höhle, glaube ich. Alter. Hoffentlich gibt es hier keinen Greifvogel. Sonst müssen wir uns einen Bogen bauen. Aber hier gibt es selbst ein Schweinchen. Oh mein Gott, hier ist ein Handelsposten auch wieder. Ah. Schon wieder. Jep. Und der hat Melonen und Ananas angebaut, wie ich sehe. Aber die Insel ist riesig. Ich komme mal wieder runter. Oh ja, ihr seht es. Da können wir ja nicht am Donnerstag weitermachen. Da looten wir uns hier, aber die Taschen voll. Das wird schön werden. Das wird schön. Ein Genuss. Also, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Beim nächsten Mal gibt es eine richtige Inseltour, würde ich mal sagen. Genau. Habe ich richtig Bock dran. Oh ja. Und dann wieder gegen Gandendorf und so. Oder wir auch mal da oben sein. Das wird cool. Ja. Ja, dann würde ich... Ja, dann... Ja, dann wollen wir mal sagen, war es das von unserer Seite, glaube ich. Ja. Und dann sehen wir uns bald wieder, ne? Ja. Beim nächsten Mal. Oh. Kaputt. So. Kaputt. Ja. Dann würde ich mal sagen, tschaui mit vui, ne? Jo. Ciao.